Die Demeter, auf Fahrt von Rumänien nach London. Die Ladung private Kisten, Inhalt unbekannt. Auf hoher See, kein Land in Sicht. Das ist Clemens, er ist Arzt. Sie kleiden sich wie ein gebildeter Mann. Universität Cambridge. Auf einem Schiff kenne ich mich aus. Wir bekommen für die rechtzeitige Ankunft in London eine Prämie. Ich zeig Ihnen das Schiff. Das hier ist Huckleberry. Um Entwarnung zu geben, klopfen wir so auf Holz. Die Demeter ist ein prächtiges Schiff. Irgendwas hat die Tiere getötet. Das ganze Vieh? Das sieht aus wie ein Biss. Durchsucht das Schiff. Jeden Winkel. Das Böse ist an Bord. Etwas Mächtiges Böses. In der Nacht trinkt er unser Blut. Er ist hier. Wir nennen ihn Dracula. Ertunst! Haben Sie gesehen, wie groß das verdammte Ding ist? Ich töte das verfluchte Ding. Der ist auf diesem Schiff. Das heißt, wir werden es niemals verlassen. Der Teufel ist real. Möge Gott uns allen gnädig sein. Ihr Conc 같은 Kku! Imώster Spare. In der Tellen. Untertitelung des ZDF, 2020